Einen wundervollen guten Tag, willkommen zurück zur Mengenlehre, heute auch wieder mit den Mengenoperationen und zwar heute mit der sogenannten Differenz. Und heute schon direkt fast schon mit einer Übung, aber ich probiere das immer mal wieder so ein bisschen einzubauen. Wenn ihr Probleme habt, dann guckt einfach das Video komplett durch. Ansonsten könnt ihr aber auch gerne Pause machen und selbst versuchen zu überlegen. Ich versuche so ein bisschen dieses Mitdenken anzuregen. Ja, okay, also und zwar, wir haben, um nochmal ganz kurz zu rekapitulieren, für die, die die letzten Videos nicht gesehen haben, wir haben zwei Mengen. Einmal Menge A, einmal Menge B, in A in leicht grünlich, B in leicht bläulich und die überschneiden sich. In einer Menge können alle möglichen Elemente drin sein, zur Vereinfachung, in unserem Fall hier Zahlen. Und zwar ganze Zahlen, die nicht irgendwie fancy sind oder sowas. Das heißt, in unserer Menge A, in unserer grünen Menge liegen die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, in unserer blauen Menge liegen die Zahlen 4, 5, 6, 7, 8. Und die können wir jetzt miteinander kombinieren. Wir hatten da schon mehrere Sachen kennengelernt, nämlich einmal den Durchschnitt. Das heißt, beide Mengen vereinigen, kann man auf mehrere Arten machen. Wir nehmen jetzt hier nur die Elemente, die wirklich in beiden Mengen drin liegen. Das heißt, von unseren ganzen Elementen sind nur die Elemente 4 und 5 gewollt. Das wäre der Durchschnitt oder der Schnitt. Dann hatten wir die Vereinigung, weirde Animation, war auch, wie gesagt, nicht so geplant, aber egal. Die Vereinigung bezeichnet einfach alle Elemente, die in, egal welcher von diesen beiden Mengen drin liegen. Auch wenn sie in beiden drin liegen. Das heißt, einfach alles zusammengeschmissen. Und anschaulich gesprochen haben wir heute die Differenz so dargestellt. Die Differenz bezeichnet die Elemente, und um diese Definition geht es ja heute, bezeichnet die Elemente, die wirklich nur in einer Menge vorkommen, aber nicht in der zweiten. Das heißt, so wie wir es hier dargestellt haben, das, was hier ausgefüllt ist, die Menge A ist gewünscht, aber eben ohne die Elemente in der blauen Menge. Das heißt, die sollen explizit nicht drin sein. Und wenn sie in beiden Mengen drin sind, sollen sie bitte auch nicht drin sein. So, und wir wollen jetzt uns eine Definition für die Differenz überlegen. Okay, das überlasse ich jetzt tatsächlich mal euch. Also pausiert mich hier an der Stelle gerne und versucht mal eine mathematische Definition für genau diese Differenz anzugeben. Das heißt, A und dann dieser Slash und dann B. Okay, an der Stelle, wir machen das jetzt mal ganz vorsichtig zusammen. Wenn wir alle Elemente haben wollen in der Menge A ohne B, also in der Menge A Differenz B, dann schreiben wir das eigentlich wie hier oben auch. Nur halt mit diesem Zeichen hier, logischerweise. Das heißt, wir schreiben erst mal A ohne B oder A Differenz B. Das ist dieses Zeichen einfach. Anschließend wollen wir das Ganze definieren. Das heißt, was brauchen wir als nächstes? Denk da nochmal kurz drüber nach. Naja, natürlich brauchen wir dieses Definitionszeichen. Das heißt, dieses Doppelpunkt ist gleich Zeichen ist das nächste, was wir brauchen. Wir wollen ja definieren, wie A ohne B aussieht. Weil wir haben das ja noch nicht. Wir kennen dieses Symbol ja noch gar nicht. Also müssen wir erst mal uns überlegen oder festlegen, wie das Ganze eigentlich sein soll. Wir bauen uns sozusagen das nach eigenem Gutdünken. So, was wir dann brauchen, ist natürlich eine Menge, die Elemente enthält. Und zwar Elemente, die wir einfach X nennen. Also wir nennen, wir sagen, ey yo, wir hätten gerne eine Menge mit den Elementen X drin. Für die folgendes gilt. So, und für die folgendes gilt. Das schreibt man normalerweise eben mit diesem Doppelpunkt hier. Anschließend, einmal bitte nochmal kurz Pause machen und selber drüber nachdenken, welche Elemente wollen wir denn? Also das ist jetzt einfach quasi so das, was wir ohnehin brauchen. Das ist quasi sowieso festgelegt. Das müssen wir so schreiben, weil, naja, wir müssen erst mal definieren. A ohne B definiert als Menge und dann X Doppelpunkt. So, das bleibt genau gleich. Da müssen wir nicht mal nachdenken. Jetzt kommt das, wo wir eigentlich nachdenken wollen. Jetzt müssen wir definieren, was heißt denn das eigentlich für unsere Elemente X? Also wir haben die X genannt, aber was soll denn eigentlich für die gelten in mathematischer Schreibweise? In welcher Menge sollen sie drin sein und in welcher vielleicht nicht? Und dann sagen wir, okay, wir wollen ja die A ohne B definieren als diese Menge, diese grüne Menge A ohne B, ja. Und hier sehen wir auch das erste Mal übrigens, dass die Reihenfolge einen Unterschied macht. Das ist was anderes, ob ich B ohne A schreibe oder A ohne B schreibe. Also was ich mache ist, ich definiere, ja, meine X sollen bitte in der Menge A drin sein. Das ist ja genau das, was wir haben wollen. So, das ist genau das, was wir erst mal brauchen. Ähm, aber jetzt haben wir noch ein Problem. Wenn wir einfach nur X Element A schreiben, dann kriegen wir einfach nur die Menge A. Dann ist ohne B oder Differenz B, ist dann einfach nicht da. So, das fällt dann quasi weg. Also was wir nicht haben wollen, wäre ja, dass die Elemente in B drin liegen. Das ist ja genau das, was sie nicht sein sollen. Sie sollen ja bitte ausschließlichen A drin liegen. Also sagen wir, okay, X soll bitte nicht Element B sein. Ja, und dann müssen wir die noch irgendwie miteinander verbinden, weil, naja, aktuell steht da einfach nur X Element A, X nicht Element B. Hm, ja, schwierig. Was, wie soll es denn verbunden werden? Soll das, also soll beides gelten? Oder soll eins davon gelten? Oder wie genau wollen wir das eigentlich definieren? Naja, in unserem Fall, wir haben, wie gesagt, diese zwei Optionen hier am ersten Mal, also und und oder, die haben wir zur Auswahl. Das heißt, wir können schreiben, X soll in Element A sein und es soll bitte nicht in B sein. Oder wir können uns überlegen, X soll in A sein oder es soll nicht in B sein. Was bekommen wir, wenn wir hier ein oder benutzen? Naja, wenn wir sagen, X soll in A sein oder X soll nicht in B sein, dann kriegen wir einfach alle Elemente, die in A liegen, also auch 4 und 5, die hier unten liegen in der Schnittmenge und wir kriegen alles, was nicht in B liegt. Also alles, was außerhalb dieses Kreises liegt. Das heißt, wir kriegen genau genommen jedes einzelne Element, was außerhalb von B liegt, plus die 4 und die 5, die innerhalb von B liegen. Das ist nicht unbedingt das, was wir wollen, weil dann wird die Menge A ohne B sehr, sehr riesig. Dann ist da echt alles drin. Also was wir wollen, ist natürlich, wir wollen die beiden Bedingungen hier verunden. Das soll beides bitte gelten. Also X muss in A liegen und X darf nicht in B liegen. So, das ist genau das, was wir hier festgelegt haben. Also das ist die vollständige Definition hier und hier nochmal in schön geschrieben, damit auch alles wirklich so passt. Und hier sehen wir, welche Elemente auch drin liegen. Das heißt, die Elemente 1, 2, 3 liegen selbstverständlich in der Differenzmenge drin, weil sie eben nur in A sind und nicht in B sind. Das heißt, sie sind in A. Die hier wären theoretisch auch in A, aber die sind eben auch in B drin. Das heißt, die sind bei der zweiten Bedingung hier rauszuwerfen. Genau. Und so könnt ihr da bei diesen mathematischen Definitionen vorgehen. Ich habe jetzt im nächsten Video noch einmal sowas für euch. Dann schauen wir uns das Ganze noch beim Code an und dann sind wir eigentlich auch schon soweit, dass wir zum nächsten Thema übergehen können. Genau. Das war es meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir wie immer gerne Feedback da und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.